Sieh ja gleich alles getriggert. Willkommen in der DMZ. Oh, perfekter Spawn. So, jetzt haben wir mal alle getriggert. Also, bösartigstes abgecampt. Ja, muss man ja, weil, wenn kommen die erst? Ja. Dann sind wieder 5 NPCs oder so. Könnt nicht ablenken lassen. Wer ist der Rest? Ich verstecke mich. Ich bin einfach zu leicht Beiflusbauer. Bleib mal hier unten. Mal gucken. Gut, ich habe keine Granaten, kein gar nichts. Haben die was gedruckt? Perfekt. Gut. Hinhocken. Hoffen. Hast du den linken Eingang schon gut? Was schläft? Ufra 1, verkehrte Aktivitäten in der Position. Bleib wachsam. Alles safe. Am Eingang, ja. Ach so. Ups, alles safe. Okay. Kann ich ein bisschen auch hinlegen, wenn ihr Bock habt. Ich habe den rechten Eingang. Das sind aber nur NPCs bisher. Das sind aber auch immer ganz sicher. Ja. Also, eh nur muss halten, wo mir immer hochgehen. Dann, linker Eingang, rechter Eingang. Da steh ich. Nur halt unten. Ich bin oben, oben ist nix. Okay. Die Bots laufen alle Richtung regeln. rechten eingang nicht beschießen wird ich schalte oben da wo wir hochgekommen sind nicht die tür da bin ich mit der shotgun im anschlag die potzen ruhig bisher entspannte siebzehn minuten hätt ich gesagt schulz geht einfach weg ist in ordnung jetzt feindliche operator nähern sich deiner position du haust einfach ab ich habe alles im blick alles im blick ja die bots sind alle noch zu ruhig jetzt schaust du mal richtung mühle willst du da den blick welchen hast du welchen hast du ich liege unten auf dem holz beim ersten step fahrzeug beim eingang und auch von der mühle kommen truck im wasser also die kommen rankommen lassen also von der mühle aus ja nicht schießen macht euch hart ja die schießen exakt hinter mir ich sehe ich dich nicht sehen ach du bist unten ja ich liege ja auch sie kommen sind da ja das ist schwer das ist unter mir ok genau vor mir bleibt in deckung die müssen man kommen ich stege auf das bau oben drauf jetzt hat er mich bestimmt gesehen jetzt hat er mich gesehen ja jetzt hat er mich wirklich ich krieg da in ich schul mich wieder ja mach 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 ich geh nicht vor geh auf hab mich verärztet shit es ist einer da scheiße das ist ein shuttle oder was ja ja wir haben nur zwei Schüsse getroffen fucking good lady come ich sage wenn die hinten hochkommen wo mir hochkommen immer oh wo sind die drinnen schon draußen draußen ich habe einen gedowned ich habe einen gedowned ich habe gerade irgendwie nachgedacht down das ist tot ok ultra eins da kommt feindliche verstärkung mauer 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 hier werdet ihr getroffen hier werdet ihr getroffen oh das war ein zweites team ich dachte das war der dritte ich lege hier Munition ab ich lege hier Munition ab das ist nicht dein Ernst Schulz ja sorry ich hab da irgendwo die Kiste runtergebrochen hält dein Maul noch ein Spieler noch ein Spieler noch ein Spieler Richtung Mühle Richtung Mühle Richtung Mühle Rücke vor auf der Mühle Achtung Drohne verlässt das Einsatzgebiet wow wir sind erschossen ja ja geht frauchen legt hin legt hin der bruscht uns ja danke ich habe keine Muni ich habe keine Muni mehr so ich schmeiß mal in die Muni Kiste der feindliche Kampfhubschrauber ist unterwegs so warte und geh in Deckung das war das falsche das war nicht verkehrt ich habe keine Muni Kiste Mann Perfekt sauber da war ich mal vor uns hab nicht aufgepasst wenn kommt der hoch ich hier noch mehr scheiße keine Muni eh fuck it wow wenn müsste ich runter ja die warten auf der Mühle wow ein gefallenes Truppmitglied bittet um wiederbelebt hast du das gerade gesehen? ja es war knapp aber du hast nichts was hast du als Zweitwaffe? ja cool war das ihr euch auf dem Roof? nein es war nicht uns auf dem Roof kacke jetzt müssten die NPCs schon wieder spawnen? ja weil hier noch gar niemand getötet hatte jetzt alleine ja ja ne 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 ja auf dem anderen Dach ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich unten Muni snacken irgendwo aber die kommen schuss das ist die erste und redete war noch die 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 das die 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 e da hat die an mich cool wow Die haben mich erwischt. Oh shit, im Dauern im Dauern. Quick guys up now. Denkler, du machst Steps ohne Hände. Wo willst du hin, Alex? Ich muss sowieso irgendwie runter, komm zu dir. Nee, 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 nicht da, Herr Lang. Hol den Schulz auf der anderen Seite. Geh vor wie du zur Ecke zum Dach, wo du warst. Bei mir war aber, der hat mich geholt, ne? Und spring da auf das andere Dach. Da ist Gegner. Oh shit, ja, jetzt hab ich grad gemerkt. Kanade. Oh, das war ein PC. Shit, die sterben nicht. Die Kuli-Soldaten. Hau ab, hau ab, geh raus, geh raus. Nein. Ganz raus, ganz raus, ganz raus aus dem Ding. Boah, eigentlich sonst auch immer die Hölle. Wow. Überall diese scheiß NPCs. Mhm. Platten, äh, Platten, 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 Platten. Versuch, ganz links rumzulaufen. Also, rechts in dem Fall. Was ist rechts und links? Rechts, rechts. Da, so. Ja, stimmt, nee, rechts, rechts, rechts von dir. Rechts, 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 genau, darum. Rechts da, genau. Und wieder ins Aquarium reinpushen. Und denk dran, crouchen ab und zu, weil du machst Steps. Ja, nee. Warte, das war zu viel. Genau. Ich weiß, ich weiß. Panning! Nee, alles gut, perfekt. Ab hier, Crouchen. Ja, das könnte passen. Das müsste ich sein. Bei mir war, kann, war der rechts im Busch. Hat er sich versteckt. Ah, okay. 0 zu 1, da kommt feindliche Verstärkung. Das wär ja top, wenn du uns wieder komplett aufhebst. Und das ist halt der Vorteil an einem dritten Spieler, der dann einfach flüchten kann erst mal. Für einen Moment. Hier steckt noch Kampfguide. Steigt ihnen. Und einfach in der Hockey gehen, weil da machst du kaum Steps. Ja, ich such grad noch mal die Tasse zu. Also, ich hab C. Ja, genau. Scheiße, das war ja. Hast recht. Pack, ich hab keine vernünftige Waffe mehr. Deswegen C wie Crouch. Hm, hast recht. Ich liege aber ganz ungünstig. Ach, die Sau. 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 kannst nicht in mir mich aufheben ja das ist so teilweise durchgemacht so jetzt schießt der helikopter für uns wir sind alle die steppen über mir glaube ich ja können wir uns irgendwo sammeln oder kommt er ja ich gehe da hoch vermute die halten wenn ich jetzt hoch geht die halten das ich mache den lockvogel okay niemand gesehen die waren noch da dach 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 welches anderes hier oben drauf ganz oben drauf ich weiß wie ich da hochkomme auch immer noch genau über die hier das führt zu einem kopfgeld angriff nach eigenem ermessen ich belebe mich wieder zusammen fliegt sich wieder zusammen diese drecksache kannst du ihn looten hat er was gescheites dabei ja da hat er irgendwas goldenes hat er keine plattenweste ne leider nicht ne tag 56 wärmer ultra 1 hier kommando starker wind zieht über das einsatzgebiet geht zu einem evakuierungspunkt bevor die strahlung sich ausbreitet war denn noch alleine hier anscheinend du bist in einem gesperrten bereich wachsam bleiben lohnt sich das jetzt noch in die festung rein schnell durchwaschen vielleicht ich bin markiert worden ich habe einen börserschlag ich habe keine ahnung weil ihr dumm sei ich kann es dir ich kann es dir zeigen ja das ist gut also fahrstuhl im auge bei den kollegen und sehen zu dass ich hier die biegel ich weiß es doch nicht die direkte beschuss schon oben im ersten stock bin ich jetzt drei platten lässt aber jetzt land auf der anderen seite kommt der mittlere stockwerk der plattenweste hast du schon dann komme ich mit dazu nicht aufs fach gehen ich habe müssen schon drauf gehauen ja gut ich wollte nicht durch die tür gehen ich hab ne selbst über den fahrstuhl die sind draußen jetzt das war gut aber ihr wisst jetzt wie man hier hochkommt glückwunsch hier gibt es auch den fahrstuhl oder 100 zack feier umkommt das hat nur tausend jahre gedauert bald einen evakuierungspunkt aufsuchen hab ja gefragt beim nächsten mal wieder haut rein geht hoch so heben die uns jetzt auf oder was gucken wir mal können wir leider nicht ok wieso wird nicht angezeigt ok spannend ne die sind die spawnt ne die hören wir ja noch da kann ich noch mal rausgehen ja gut ich war ja auch die letzten paar minuten das war nicht alles klar tschö tschö tschau das feindliche team wird euch jetzt orten wachbult rein starten ich habe keine muni mehr ich warst direkt auf den punkt aus dem gebiet ist keine evakuierung mehr ordentlich ich gehe links rein ich gehe links rein und gehe rechts rein links ist kein eingang es gibt nur mitte ich gehe direkt auf den fuck das schaffen wir nicht mehr die strahlung ist hier ja rückzug ich versuche mal den kopf hier zu holen so ein bisschen mobiler sind ich gehe rein ich gehe rein las geht b ultrar eins mehrere operator sind hier verschwunden 6 6 hier muss man es schaffen oh ultrar eins achtung die gefahrensstufe im einsatzgebiet ist hoch mit kontakt rechnen 8 ultra eins der kriegsherr Alnaar codename Romane ist in diesem gebiet aktiv du kannst entscheiden ob die extraktion ist unter die hier schon mal von einem wechseln links denken rechts links denken rechts spieler 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 eine hat mich hat mich zwei mann zwei mann zwei mann zwei mann die müssen immer alle schießen 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 mehr können die nimmer ihr habt ihr habt zuerst geschossen also ja genau wir haben zuerst geschossen ihr habt zuerst geschossen dann haben wir geschossen mein kollege mein kollege war tot ja ich war es aber nicht ich habe erst geschossen wo dann wo du dann geschossen hast aber okay ja 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 ich bin jetzt mal wieder sorry ich habe sechs marken und ihr ich glaube ich habe nur noch schön und in großen rucksack gesteckt habe ich dennoch ja ich habe auch ein gesnackt gehabt habe ich auch perfekt ich hatte ganz einfach mittleren jungen von komplett down zurückholen zu diskussionen wie man aufs nachkommt bis am ende noch beleidigt zu werden ja auch nicht schlecht aber die haben doch auf dich geschossen oder nicht ich bin mir nicht sicher ob ich zuerst geschossen habe das hat richtig spaß gemacht das hätte ich nicht gedacht dass wir da noch raus kommen aber weiter wirklich geflüchtet ist weil der geflüchtet ist das war kurz vor knapp also ja aber das ist halt der letzte überlebende weg und dann noch mal versuchen irgendwie und das funktioniert ganz ganz oft nicht immer aber ganz ganz oft ja mit nicht rein gefühlt geil das hat noch mal richtig spaß gemacht zum abschluss wow ja Vielen Dank.